Musik 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 Ja, jetzt sehen wir Das Einschießen von dem Gewehr von Herbert mit meinem Vater Urlaub 1995 in Polen genauer gesagt in Oberschlesien Mein Vater als leidenschaftlicher Jäger schießt hier das Jagdgewehr ein Das ist eine notwendige Maßnahme um das Tier beim ersten Schuss zu töten und nicht zu verwunden Die Aktion fand hinterm Herberts Haus statt auf seinem Grundstück welches am Ortsrand liegt Könnt ihr euch so etwas in Deutschland vorstellen? Bestimmt nicht Aber hier geht noch Leben und Leben lassen Einfach klasse Meine Aufgabe bestand darin um die Treffer anzuzeigen Ich saß also hinter diesem Erdhügel und sprang nach jedem Schuss zur Zielscheibe um dann die Treffer auszuwerten Nachdem die Bauer neben dem Dämmel die den die den die den Dann habe ich von hier bis dorthin eine Schnur gemacht und da habe ich den Teig gemessen. Und dieses und das habe ich dann zugezogen. Hier Herbert mit seiner Mucha. Mucha heißt übrigens auf deutsch übersetzt Fliege. Ist nach vorne, entsichert. Nach vorne, ja. Hupst irgendwie sofort. Muschile voll. Muschile voll. Muschile voll. Aieieieieie. Was? Achtzehn. 20 mal Klick. Oder 15 mal Klick. Hierhin so zusammen. Muschile voll. Es ist egal wie lang es ist. Der wird bis dahin. Ach, verhalten. Mach mal rein! Okay! Ja! Gut! Warten! Oberer roter Kreis! Oberer roter Kreis! 1! 1 cm tief! 1 cm tief!